Das Modell Gatekiller ist unser Race-Modell, welches im Ski-Weltcup und im Snowboard-Weltcup zum Einsatz kommt. Robuste TPU-Protektoren auf der Oberhand schützen vor Torstangen. Die smarte Konstruktion sorgt für optimale Bewegungsfreiheit. Schutz vor Kälte wird durch warme Loftisolierung garantiert. Ziegenleder und ein Amara-Batch mit Silikondruck auf der Innenhand sorgen für einen sicheren Griff. Der Neoprenbund mit praktischem Doppelverschluss sorgt für den perfekten Sitz.